Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch ein unglaublich wunderbares, extrem geiles, definitiv zu empfehlendes Buch vor. Und zwar From Blood and Ash von Jennifer L. Armantrout. Erstmal zu den Basics. Das Buch ist bis jetzt nur auf Englisch erschienen. Es hat, oh jetzt muss ich mal kurz gucken, 600 und sagen wir 10 Seiten. Kostet in der Taschenbuchausgabe 17,15 Euro. Ich habe sie jetzt nirgendwo gebunden gefunden, aber ich habe auf Instagram jemanden gesehen, der die gebunden hatte. Und wenn einer weiß, wo man die kriegt, dann schreibt sie in die Kommentare. Das Kindle kostet 6,99 Euro, das Hörbuch 9,95 Euro bei Audible und die Audio-CD 19,61 Euro. Zum Cover kann ich nicht viel sagen, außer wow. Ich finde es einfach so schön und wahnsinnig ansprechend. Wir haben einen Pfeil und einen Dolch im Vordergrund und dazwischen so rote Ahornblätter. Das sind keine Ahornblätter, ich kenne mich mit Bäumen nicht aus. Aber auf jeden Fall finde ich das Ganze wirklich wahnsinnig ansprechend und richtig, richtig schön. Übrigens, das Buch erscheint Ende des Jahres auf Deutsch und es wird das gleiche Cover haben. Der Autorname wird aber oben stehen und so ein paar Kleinigkeiten, die halt anders sind. Aber ich finde es schön, dass sie das übernommen haben, denn ich finde das wirklich geil. Worum geht es? Die Protagonistin heißt Poppy und sie ist die Auserwählte der Götter, die Begnadete, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, sie ist so die Auserwählte überhaupt und das macht ihr aber nicht unbedingt ein schönes Leben. Im Gegenteil, sie ist eigentlich eher so eine Art Gefangene in einem goldenen Käfig. Sie muss Tag und Nacht nicht, aber tagsüber muss sie einen Schleier tragen. Sie darf mit niemandem sprechen und naja, das kann sie nur dadurch auflockern, indem sie sich heimlich aus dem Schloss stiehlt. Das Ding ist nur, dass sie bald einen neuen Bodyguard zugeteilt bekommt und zwar Hawk. Einen aus der Hauptstadt kommenden, extrem krassen Kämpfer, der sie halt beschützen soll. Denn im Reich gibt es halt immer wieder Angriffe durch sogenannte, ja ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber so eine Art Zombies, die immer wieder halt die Menschen angreifen und auch durch Biss ihre Krankheit übertragen können. Und ja, Crave heißen die auf Englisch und Craven, glaube ich. Und Hawk soll Poppy nicht nur vor denen beschützen, sondern auch vor Attentätern, die von einem ominösen Dark One ausgeschickt werden, um Poppy zu töten. Denn der will verhindern, dass sie aszendiert, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sein wird dann der Name davon, aber der will halt verhindern, dass sie quasi an die Götter übergeben wird, als Geschenk an die Götter, um das Reich zu neuer Größe zu führen. Wie hat mir das Ganze gefallen? Ganz ehrlich, bis vor jetzt war ich mir immer sicher, dass ich niemals etwas mit das Reich der sieben Höfe würde vergleichen können und wollen, aber hier habt ihr den Vergleich. Ich finde das Buch einfach umwerfend. Und ich muss sagen, ich war von den anderen Büchern, die ich von der Autorin gelesen habe, nicht so krass angetan. Also klar, die waren halt nett, aber es hat mich nie so reingesogen. Und das hier, 600 Seiten auf Englisch. Ich habe zwei Tage komplett durchgelesen. Ich habe nichts sonst gemacht, außer einmal gekocht, aber ich gebe es zu, ich stand mit dem Buch neben dem Kochfeld. Es ist einfach Wahnsinn. Und ich habe halt auf Instagram und so schon so viel, nicht Spoiler gesehen, aber so viele Leute, die halt total begeistert davon waren. Und ich dachte so, es wird schon oft in einem Atemzug mit das Reich der sieben Höfe genannt. Und es ist absolut legitim, kann ich nur sagen. Die Autorin hat mich echt positiv überrascht. Wir sind hier in einer anderen Welt als bei der Lux-Reihe und auch bei der, wie heißt sie noch, Reihe? Dark Elements, die ich im Moment höre. Das ist Ganze eher so dystopiemäßig oder halt nicht mal das unbedingt, sondern es spielt halt in unserer Welt. Aber so wie bei Twilight eigentlich, da gibt es halt was Übernatürliches. Und das finde ich tatsächlich einfach nicht so interessant. Ich weiß, Urban Fantasy ist etwas, das im Moment und auch schon seit einigen Jahren, boah, hier sind so Fliegen, seit einigen Jahren, nicht, dass ich stinke. Ähm, oh Gott, warum sage ich das? Ich trage das T-Shirt nicht wirklich jeden Tag. Aber ich würde. Ähm, was ich sagen wollte war, Urban Fantasy ist im Moment sehr modern, aber ich finde es einfach nicht geil. Ich finde es schöner, wenn ich in so eine ganz neue Welt entführt werde. Und da sind dann halt manchmal so überraschende Dinge drin, wie, dass es da Elektrizität gibt. Aber der Rest ist halt eher so mittelalterlich oder so. Und ich fand das in diesem Buch wirklich gelungen. Es ist richtig was zum Schmökern. Es ist absolut geil, einfach von vorne bis hinten. Ich liebe Poppy. Oder ehrlich gesagt, finde ich ihren richtigen Namen Penelope. Finde ich so schön einfach. Als ich zum ersten Mal Poppy gelesen habe, war ich so, oh nee. Aber okay. Und dann, Hawk ist auch einfach mega der coole Charakter. Ich liebe, wie die beiden miteinander umgehen. Nicht nur an den pikanten Stellen, sondern auch, wie der Witz einfach ist in dem Ganzen. Also die sind eigentlich nur sich permanent am Streiten und ich finde es einfach geil. Es treibt die Story auch wirklich voran. Was ich sagen muss, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die Protagonistin wahnsinnig viel nachdenkt. Gerade im Englischen ist es mir anstrengend, so viel Gedanken zu lesen irgendwie, weil ich habe das lieber, wenn ich so ein bisschen Konversation habe, weil ich das Gefühl habe, irgendwie dann geht es schneller und es fühlt sich lockerer, leichter an. Diese tiefgehenden Gedanken sind zwar mega cool, um die Protagonistin kennenzulernen, aber in diesem Fall fand ich es wirklich etwas heftig, weil es war eher so eine Art nur Konversation und dann nur, wie heißt es nochmal, nicht hier, Monolog. Und irgendwie aber nichts, was das Ganze auflockert im Sinne von Umgebungsbeschreibungen oder Reisen oder sowas. Das war halt hier gar nicht der Fall. Und die Autorin hat ja, was ich bei den anderen Reihen auch schon angemerkt habe, diese Angewohnheit, einfach wirklich absolut alles zu beschreiben. In diesem Fall ist es mir nicht so negativ aufgestoßen, wie zum Beispiel bei der Lux-Reihe, aber diese langen Monolog oder Gedankengänge waren einfach anstrengend zu lesen, aber auch definitiv wert, da durchzuhalten, weil man einfach die Protagonistin extrem gut kennenlernt. Ich fand es wirklich beeindruckend überhaupt, dass sie sich so viele Gedanken ummacht hat und so. Gerade, weil ich das nämlich bei der Lux-Reihe auch angekreidet habe, dass die Katie sich nicht so viel Gedanken gemacht hat irgendwie und dass die Konversation immer nur aus ich streite mich mit dir und jetzt sind wir eingeschnappt bestehen. Und hier ist es halt so eine humorvolle Art, sich zu streiten, auch total. Die sind absolut auf einer Wellenlänge. Ich finde es mega, mega geil. Ich muss dazu sagen, dass ich bin jetzt schon durch Teil 2 halb durch und ich habe Teil 3 schon bestellt, also ich werde das jetzt wegsuchten übers Wochenende. Das Ding ist halt, dass ich einige Sachen vorhersehbar fand, aber es hat mich nicht gestört. Also es war schon so, dass man von Anfang an so dachte, aha, Hawk. Also man kommt schon hinter so ein paar Dinge. Die sind dann auch nicht so erschreckend. Und gleichzeitig hatte ich aber auch gerade bei Teil 1, weil ich Teil 2 noch nicht beendet habe, hatte ich das halt so, dass am Ende ich dann doch da saß und mir dachte so, hey, was? Also es war nicht so ein heftiger Cliffhanger wie zum Beispiel bei Julia Dippel oder so. Aber das, was ich vorhersehbar fand, das fand halt schon so im letzten Viertel statt und nicht am Ende. Und am Ende war dann das, wo ich wirklich so sprachlos da saß und mir dachte, und es war halt 12 Uhr nachts, als ich das beendet habe. Und ich bin eigentlich so, dass ich so zwischen 10 und 11 ins Bett gehe. Ich bin bis 2 aufgeblieben und habe noch 150 Seiten in Teil 2 gelesen, weil es einfach nicht anders ging. Und ich habe heute auch wieder den ganzen Tag gelesen. Ich habe jetzt nur inne gehalten, um für euch das Video zu machen. Es ist einfach der Wahnsinn und ich empfehle es auf jeden Fall. Was das Englisch angeht, bleibe ich bei der gleichen Einschätzung, die ich auch bei Das Reich der Sieben Höfe hatte oder bei Ekota in dem Fall. Und zwar reicht Schulenglisch absolut aus. Ich hatte ein paar Sachen, wo ich halt nachschauen musste, was halt so Synonyme für bekannte Wörter sind irgendwie. Aber das war wirklich nur eine Handvoll oder so. Und ich bin echt aus der Übung, was Englisch angeht. Also ich kann es wirklich empfehlen. Aber wer noch warten möchte, Teil 1 erscheint jetzt Ende des Jahres auf Deutsch. Ich weiß nicht, wann Teil 2 und 3 rauskommen. Wer nicht warten möchte, Teil 2 und 3 sind schon da. Und die gibt es auch schon im Englischen halt zu kaufen, als Taschenbuch mittlerweile auch Band 3. Also ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, das Englisch ist wirklich nicht schwer und wenn sich jemand nicht gedulden kann, so wie ich, dann sollte ich das auf jeden Fall tun. Altersmäßige Empfehlung würde ich auf jeden Fall sagen, so ab 14 ist in Ordnung. Es ist ein bisschen ein Hauch von Dark Fantasy, würde ich sagen, jetzt wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, was das ist. Und es gibt halt auch einige, wie eben schon gesagt, pikante Stellen. Die sind aber nicht so krass ausführlich, also nicht bis ins kleinste Detail, aber sie sind vergleichbar mit Das Reich der Sieben Höfe. Aber tatsächlich den letzten Band, also den fünften, wo es um Nesta und Cassian geht. Das ist ja doch ungefähr vergleichbar. Aber sonst auch so ein bisschen mit Teil 2. Kapitel 55 sage ich da nur. Auf jeden Fall dicke fette Empfehlung von mir an der Stelle. Ich fand an diesem Buch wirklich absolut alles entgeil. Ich kann es nur noch mal sagen. Kauft es. Kauft es. Es ist so geil. Also wirklich für alle Sarah J Maas Fans ist es auf jeden Fall ein Muss. Und wer sich von der Looks-Reihe abgeschreckt gefühlt hat oder sowas, das hier hat gar nichts damit zu tun, um es mal so zu sagen. Ich finde es mega heftig einfach. 5 von 5 Sterne von mir an der Stelle. Beim nächsten Mal stelle ich euch wahrscheinlich Teil 2 vor. Ich weiß es aber noch nicht. Schaut auf meinem Instagram-Account vorbei. Da gibt es auch Book-Content und auch Content zu mir und meiner Persönlichkeit. Keine Ahnung. Nein, ich mache da eigentlich nur meine Buchsachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Abonnieren-Button betätigt und die Glocke bimmelt. Dann könnt ihr nämlich auf dem Kanal nichts mehr verpassen, wenn ich Teil 2 rezensiere. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.